Was geht ab, Leute? Ich bin gerade aus dem Hotel gekommen. Jetzt gleich geht's los zum ersten freien Outing. Ich freue mich drauf. Bis später. Bis später. Hier ziehen sich die Fahrer zurück, um ein bisschen zu entspannen, zu relaxen, einen kleinen Debrief zu machen mit dem Ingenieur, ein bisschen zu besprechen, wie es war, was ihm gefallen hat, was ihm nicht gefallen hat. So, jetzt wurde kurz Mittag gegessen, ein bisschen ruhig gemacht. Jetzt geht's weiter an Datenarbeit und noch etwas Zeit zu finden. Sehr saubere Kohlenhydrate. So, der Test ist vorbei am Hockenheimring. Ich konnte sehr viel umsetzen, was mein Ingenieur mir gesagt hat. Ich habe mega Selbstbewusstsein im Auto aufgebaut. Und ich freue mich, nach Paureka am Wochenende anzureißen. Drückt mir die Daumen und schaltet ein.